Herzlich Willkommen zur weiteren Folge von Karte über in Thüringen. Ich habe die Fahrer ein bisschen überzogen. Ich habe den ausgedrückt. Kein Problem. Jetzt werden wir ganz schnell zum Nachbarfeld, wo er pflügt. Stimmt nochmal, ich habe keinen Kopf, aber ich zähle gerade, das Wackstuhltuch durch, das heißt, wir werden sofort düngen. So, das ist ganz gut, das Kalt ist nicht so wichtig. Wir düngen jetzt. Und zwar machen wir es so, haben wir lange suchen müssen, also mit Traktoren kaufen, wenn wir aufpassen jetzt, dass wir nicht zu viele haben. Lkw haben wir auch zwei. So, wenn wir gleich gucken hier, Modus düngen, Kursgenerierung, Feldnummer 38, 2, 26 Meter Mal ganz kurz gucken im Shop, weil da waren wir nicht ganz sicher. Standard Kapazität. 26. Reifbargante Reifbargante. Reifbargante Reifbargante. Und die Breite bleibt sich noch. Gut, 26. Ja, muss ja kontrollieren. Sonst haben wir ein Problem. Also Probleme haben dann den so nicht, aber das wird dann zu wenig gedüngt, wenn wir so breit machen. Wir wollen ja keine Lust zu einfahren. So, das zeigt sich nicht da, macht aber auch nichts. Überführungskurs neu. Mh, müsste man ja auch drin haben. Kurz anhängen. Düng, düng, düng. Aussaat, Abfahrer, 65, Düng. Flügel, Flügel, Schwatten, Flattenschutz, Führung. Könnte sein, aber. Sollte aber eigentlich normalerweise auskommen. Sollte aber eigentlich normalerweise auskommen. Was ist denn da so kaputt? Hab ich da nicht repariert? Der ist heile, soweit. So gut, heile ist übertrieben. So, und gedüngt wird nun. Das ist nicht so kalt. Das ist nicht so kalt. Das ist nicht so kalt. Nö. Da ist ein Antragwässer-Fenn. Du musst halt auch schauen. Das passt schon. Und den fahren wir jetzt zum neuen gekauften Feld. Das können wir aktuell nicht fliegen und das werden wir gleich da hinstellen und dann das Auto nehmen und dann den Führungsbruch einfach einfahren, ein Stück alt. Ich mache mal die Innereinsicht, ein bisschen besser. 2x4, 5x4 am Sonntag, jetzt wo ich ein bisschen Luft habe. Der Spiegel wieder aus, warum wir sie auch nicht. Und da sieht der Unkraut aus. Jetzt geht es los, Traktor für Pflegebereifung. Also unkrautlos wichtiger wie Kalten. Dann noch mal schauen, welchen Traktor wir da jetzt nehmen. Wir kaufen einen neuen. Das war dieses Feld glaube ich, das war 31. Ja, 48. Ich darf mal ausrollen. So Leute. So, was könnten wir das? Das war ja eigentlich ein Fahrzeug, die wir nicht umbauen konnten. Ich bin nicht alles täuscht. Kann man den Umriss auch nicht. Glaub nicht. Wir haben beide den Umrissen. Dann reparieren kann man die E. Können wir die Umrüsten auf Pflegebereifung? Nein. Micheling geht nichts. Kann man auch nicht. Standard. Breiteil, Standard. Ja, das geht nicht. Dann reparieren wir dann mal gleich mal. Das geht jetzt nicht. Das wollen wir auch nicht. Gut. Ach, auch nicht dran ist. Gut. Okay. Parken bei dem irgendwo. Jetzt wird das wissen, ob wir mitmachen. Ja, parken so da ist schlecht. Dann haben wir da hinten ein paar. Ja. Der Hänger steht auch so ungünstig, aber gut. Der war auch noch 7,5 Minuten noch. Das machen wir später. Wir haben den Schall auch mit dem Umbrüsten auf Pflegebereifung. Ich bin mir da fast sicher, dass es auch nicht geht. Sollte das gleiche Modell sein. Anführungszeichen. Dann müssen wir umstellen. Anführungszeichen. Wie bitte. Das war ja auch. Die Pflegebereifung. Wie bitte. filter ab also geht auch nicht aber den ich gerne mal da vorne gebrauchen und dann habe ich nochmal einen zweiten nachverlässt also wir brauchen Düngersteuer dazu werden wir auch mal den großen nehmen oder was oder wie traktor macht mehr sinn gut im zweiten traktor mit pflegebereifung da gibt es ein schön immer schön kracht metallikrom bei den fällen nicht pink kommt nicht in frage wird gar nicht akku metall so pflegebereifung wie gesagt ein bisschen ps kostet überhaupt das ist gut kann man nicht leisten zurück zurück wir brauchen wir brauchen geld bank ich komme nochmal neu kaufen ich habe in den takter verliebt irgendwie wo ist er so nochmal blau-chrom felgenfarbe metal breitreifen nicht pflegebereifung motor der höchste vorhaben kennzeichen man hat bis draußen so werden wir gleich für Dünger haben wir eigentlich so ein ding da wer blöds was glauben würde baume gewicht ja wenn schon mal hier sind aktuell wusste ich kein freies wir müssen mal gucken mal ein passendes blaues finden wir haben die farbe blauen so nicht dabei machen wir mit metall wie die wie die fällen ja ja oh da wird schon dunkel aber wir haben ein problem wir müssen das jetzt durchziehen weil unkraut können wir nicht stehen lassen beziehungsweise wir müssen düngen wir müssen auch gleich im antwort auffällt wechseln sonst haben wir ein problemchen und die zeit ist bei mir nicht mit gelaufen das heißt wir werden gleich mal sehen dass wir das zum start bringen und dann ist sie voll der hat das gute er kann 60 kamera fahren mit pflegebereifung auch nicht zu empfehlen normalerweise wegen der insularität aber gut die macht das nichts so Dünger ist noch frei und weit kommt Unkraut äh wir müssen ja noch nicht bleiben gehen wir haben erstmal sieben aber wir werden das wie gesagt äh nicht fertig werden kriegen äh bevor wir drängen sein denn wenn Unkraut auf Feld 60 ist dann ist es auch auf Feld 38 oder so wie gesagt ich jetzt durchtreten Reifen ach das ist der der Pflug der mit dem Pflug das heißt durchtreten Reifen das heißt irgendwo hacken am hacken der ca Kipp, Kipp, äh, das ist, äh, bescheiden, das Problem, das wir jetzt immer haben. Also, das weiß ich auch nicht, ob ich den Tag vorhin nehmen wollte. Aber es kann sein, dass der so ein Kursfluss ist. Das heißt, der wird bald wieder schreien, äh, das ist nicht so schön. Das heißt, die wären, ich bin auch freut, 48, aber das ist noch schön. Lange. Mal sehen wir, wie wir ein Feld kriegen und dann, wenn man den da hinfahren, zum Blühen. Dann, der hat keine Kick-Lentung, der ist noch ein bisschen, wenn man den Kursfluss einfacher ist. Ja, wir haben wenig Zeit. Das soll's für heute gewesen sein. Das würde mir freuen, wenn du ein Abo oder ein Abo hast. Tschüss, tschau, tschau, tschau. Tschau. Tschau.